Aufnahme läuft, auch wenn es nur der obere Bildschirm zu sehen ist, das ist mir egal. Ich hab's keinen Bock den unteren auch noch aufzunehmen, weil gleich ist sowieso nur der obere, interessant. Vielleicht eine kurze Erklärung hierzu. Die liebe Sue und ich werden jetzt gleich Pokémon dem Gegner geben und dann werden wir kämpfen. Du hast meine Begrüßung vergessen, Sarah. Ich muss noch mal eine Begrüßung sagen. Nein, du musst nix vorlesen, du hast keinen Zettel da liegen. Nein, ich meine nur Hallo, Hallo. Ich meine Hallo. Nein. Warum nicht? Eine kurze Yahoo zuerst. Okay. Okay, fang du mal an. Sag mir mal an. Okay. Box Nummero 6. Okay, das ist die letzte. Reihe Nummero 1. Ja. Pokémon Nummero 3. Oh, das wird schön. Oh, scheiße. Okay, ähm, bei dir Box 3. Reihe. Ja, 3. Reihe 5. Pokémon Nummer 4. 2, 3, 4. Okay, warte mal. Ich muss das Fiaro dann raus tun, weil ich hab immer ein Fiaro drin, damit der... Ja, ja, damit der da was rein. Okay, jetzt bin ich dran. Box Nummero 1. Hm? Reihe Nummero 1. Ja. Pokémon Nummero 1. Und das mal nicht bereust. Okay. Ja, ich bereust jetzt. Ähm, Box 5. Reihe... Ja. Reihe 2. Okay. Pokémon Nummer... 6. Okay. Ähm... Was haben wir denn hier? Pokémon... Äh, Box Nummero 2. Ja. Reihe Nummero 5. Ja. Pokémon Nummero... 2. Hm. Okay. Gut, ähm... Box 8. Box 8. 7, 8, okay. Reihe 6. Pokémon 2. Mhm. Äh, man sollte noch erwähnen, dass doppelte Items in dem Fall erlaubt sind, weil... Ja, ja. Items sind egal. Ja, und man kann so viele Megas mitnehmen, weil man weiß ja nicht, was der Gegner für eine Lottozahl zieht. Ja. So, dann... Okay, du bist... Du musst mir geben. Zahl. Achso, okay, okay. Sorry. Äh, Box Nummero... 2. Mhm. Reihe Nummero 4. Okay. Pokémon Nummero 4. Ja, 4 ist das da. Wollte gerade schon das Falsche mitnehmen. Okay, ähm... Box 1. Okay. Reihe 5. Pokémon Nummer 6. Okay. Ähm... Pokémon in der Box... 6. Reihe 6. Pokémon 6. Äh, die letzte Box hat bei mir nur drei Reihen. Okay. Okay, also die letzte Reihe 3, das letzte Pokémon. Okay. Auch interessant. Ähm... Box 7. 5, 6, 7, okay. Äh, Reihe 2. Okay. Pokémon Nummer... 4. Erzhaft? Ja. Scheiße, okay. Ich bin... Äh, was hast du gerade? 6 oder 7? Was? 7, Box 7. Okay, okay. Dann habe ich nicht richtig, okay. Pokémon Nummero 7. Äh, Box Nummero 7. Äh, 6, 6. 6. 6 wieder. Dritte Reihe. Fünftes Pokémon. Das wirst du sowas von bereuen, die letzten beiden. Okay. Glaube ich. Nee. Okay, dein letztes jetzt noch, ne? Ähm... Ich werde die... Äh, Box 3. Okay. Reihe 3. Pokémon Nummer 3. Okay. So, jetzt eben kurz noch Items verteilen. Bei mir. Weil ich da... nicht so viel doppelt habe. Ich habe... Hm... Ne, das ist ja mein Ding. Ähm... Muss ich kurz gucken, was gebe ich dem wem jetzt? Und du hast... Äh, ist das, 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 das? Du bist klar. Hier sind jetzt mal alle relativ klar, was ich denen gebe. Ist schön. Ausnahmsweise nicht so wie... ...der kleine Tesla, auf dem wir eben hatten. Oh... Ja... Äh... Äh... Nur kurz zur Information für die Zuschauer. Im Testlauf davor hat mein Tanuptu, äh... Sarawks halbes Team zerstört. Das ist... Ich bin ein bisschen gereckt worden. Äh... 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 Nee... Muss jetzt hier wirklich erstmal gucken... Wer hat hier was? Du hast nix, du hast nix. Also ich sagte schon mal, bei mir ist ein Pokémon drin, das ich eigentlich echt nie benutze. Einfach nur Just for the Fun, äh... Gezüchtet hab und vergessen hab, aus dem Competitive Team auszusortieren. Du hast es nicht mein Problem. Das ist... Das ist ja für deinen Vorteil. Aber wenn ich gleich dadurch gewinne, ist es echt so... Wuuuuh! Äh... Äh... Und, äh, wie man vielleicht merkt, bin ich auch grad ein bisschen erkältet. Ja, ja, das macht nichts. Also, ich entschuldige mich schon mal, wenn ein Hachi kommt oder sowas. Doch, das macht nix. Da ist es. Das hab ich noch besucht. Ähm... Dir kann ich das in die Finger drücken? Das ist echt schwierig gerade, ganz ehrlich. Und, nee, halt. Du hast das. Ja, ich muss mit doppelten Items arbeiten, sonst komm ich hier nicht zurecht. Ja, ja, ist ja klar. Ich versuch's immer, aber es geht leider nicht. Das muss ich doppelt verleben. Okay. Gut. So. So. Und ist draußen. Okay. So, was nehmen wir denn an, Lied? Nehmen wir das. Ich nehm, du kannst ja hier Theme 21 nehmen oder 22, ich weiß gar nicht, aber... Ja, haben wir beide das Gleiche dabei. Sehr gut. Als letztes Pokémon. Ja, ich bereue schon mal, Bisa Floor zu sehen. Ja. Äh, ich, wie du siehst, hab ich die Pikachu dabei. Kein Mega. Äh, ich hatte eher gehofft, dass du auf den Mega ziehst. Ich muss mal gucken, was, ob... Nein, ich will, dass ich als erstes... Ich muss mal gucken, ob es... Das Risiko dabei. Mhm. Cool, es ist in der Tat das, äh, Spezielle. Jetzt, ich muss sich aber mal überlegen, wen ich als erstes spiele. Weil egal, was ich spiele, ich hab ein kleines Problem. Glaub ich. Ach, komm. Okay. Okay, schauen wir mal. Okay. Ich glaube, ich muss die Musik einen kleinen Ticken lauter machen, sonst hört man die hinterher nicht so gut. Ja. Weil Skype die wieder runter geregelt hat. Äh... Skype. Wegen leichter Probleme von vorhin. Ja, cool. Hi. Hi. Das cool ist, ich finde dir das von erstes... Die sind von Kleinbeine, wie du das amgezoomt bist. Ja, das ist zwar nicht gewohnt, ne? Oh, jo. Heiko, hab ich du, Herr Sücher, hab ich du, Herr Sücher. Wie viel war man bei mir, dass das Bekatsch war? Ein Kugelblitz, recht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Kugelblitz oder live war. Aber... Reflektor. Das ist so ungewohnt. Vor allem, weißt du, ich bin es gewohnt, das Cosplayer-Pikachu zu sehen, auf einmal ist es ein ganz normales Pikachu. Ohne schwarzen Schwanz. Das kommt falsch rüber. Ja! Wow! Dieser Schaden! Oh, jetzt kommt der Diamant. Oh, mal schauen. Sollte Schaden machen. Ah, Pikachu hat... Hartes Wesen. Unter anderem. Das ist drauf ausgelegt. Pikachu hat sehr gut gearbeitet. Das hat ein bisschen was... Okay. 13 Kp. Yes. Ja. Ähm. Das war übrigens eines der Pokémon, wo ich gesagt hab, das wirst du bereuen. Ja, das hab ich grad ausschalten. Scheiße, hab ich jemals Ducky gegen dich... Hab ich jemals Ducky gegen dich benutzt? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ich hab, es war damals gegen Nuki. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das kann gut sein. Ducky. Heißstrahl, ja. Dadoo, right. Dadoo. So, ich hab echt nichts, was ich jetzt dagegen kontern kann. Okay. Irgendwie macht das keinen Schaden. Ich krieg den Boost nicht. Komm schon. Ich will den Boost haben. Der Boost wär jetzt super. Ice Beam. Ich war's auf Free Sex. Free Sex. Free. Nope. Das kann nur ich. Siehe das eine Video gegen Nuki. Ich weiß. Das war so gut. Ach komm schon. Immer noch nicht. Ducky tunkt. Ducky schwebt und tunkt. Hört man eigentlich meinen Ventilator, den ich eben angemacht hab? Ich hör nur den Rausch und so. Ja, nicht so schlimm. Das könnte sehr lange dauern. Ja. Ach, jetzt weiß ich welches ich ihm eigentlich hätte. Was Tianti eigentlich hätte geben können noch. Was denn? Sag ich jetzt nicht. Okay. Der ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste hier. Äh. Die, 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 die Freaks. Komm schon. Gib mir den Free Sex. Gib mir den Boost. Fuck. Ducky wird ab. Guck mal. Langsam und sicher. Die Kaffee gehen ganz langsam und sicher runter. Ja. Es geht dem Ende zu. Oh. Jetzt kommt Extrusion. Jetzt machst du Suizid. See you in hell. Ducky. Verdammt. Das Ding ist auch noch da. Das Ding. Also danke, dass du ein Suizidkill gemacht hast. Jetzt habe ich ein paar Eisbeams noch übrig. Sonst hätte ich gleich meine ganzen Eisbeams an Dianzi verschwendet. Hast... Ist... Ich bin ein Kümpfer dran dabei. Verdammt. X-Wing. Okay, das ist bestimmt ein X-Bad. X-Bad, X-Bad. Okay, ich muss erstmal das einsetzen. Stürzflug. Okay, bitte überlebt einen Stürzflug. Nee. Überlebt's nicht. Schade, ich hätte gerade Bizarro Raum lieber benutzen sollen, ne? Ja. Weil alle meine Pokémon sind sauschnell, die ich noch dabei habe. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Extrusion jetzt schon benutzt. Deswegen... Hast du gerade einen Leben Orb drauf, ne? Nein, das war Rückschussschaden. Ah, okay. Ich attack... Kein Leben Orb. Nicht auf den. Auf dem anderen. Oder? Ah, okay. Ja doch, auf dem anderen habe ich einen Leben Orb. Bauti! Boom. Bauti! Ja. Ich auch. Bin ich mal gespannt, wie viel. Weil das Ding... 120 Step-Wahlwand Go! Das waren viele KP. Wow. Ja. Gut, dass das Ding keine gute Verteidigung hat. Nein, ne. Keine sonderlich gute. Bist du? Also ich fand grad, mein Pikachu hat ne 1a Leistung grad geliefert, ne? Pikachu war das Beste. Kannst du ja schon mal teilen als Pikachu. Pikachu! Ich glaub, das dürfte ziemlich lustig werden jetzt. Nero. Eine Bagato. Walde haben gelbe Augen. Scheiße. Nee, das ist nicht gut, was du hier machst. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Na, gucken wir mal. Pümpelleuchter. Komm schon, Hex. Bitte verwirren. Süß. Ich riskiere's? Ja, du riskiere's. Ich hab auch keinen Pokémon dabei, was wahrscheinlich Brille oder sowas kann. Weißt du, ich hab gleich so ein Déjà-vu anstelle von Turnhub. Du stehst jetzt einfach doch ein Tyrakrok. Impargator. Ja, genau, Impargator. So, let's go. Also, ich hab's bisher noch nicht erlebt, wenn... Impargator zweimal Drachentanz drin hatte, dass es dann noch gut aufzuhalten war. Es ist aufgehalten worden, aber da hat's mindestens die Hälfte des gegnerischen Teams mitgenommen. Einfach, weil's so viel one-hitted jetzt. Ja, so wie Ternuktu gerade. Ja. So wie Ternuktu gerade wahrscheinlich. Sound. Ja. Ist auch kein Problem. Du 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 du. Jetzt hab ich ein kleines Problem. Ah, ich weiß ein kleines Problem. Nach einem Drachentanz-Warn hätte ich schon Multi-Shop Pragu ran. Ja. Also. Ja, ich weiß. Das Problem ist, äh, mit dem Ding krieg ich dich bestimmt nicht down. Nicht mit der Attacke. Äh, lass ich dich nicht down. Äh, lass ich dich nicht down. Äh, lass ich dich nicht down. Die Wasserdüse reicht nicht. Mh, mh. Oder soll sie nicht reichen im Normalfall. Süß. Jetzt bin ich dran. Ja. Ne, 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 ne. Oh, ist das überlebt. Wow. Wow. Wenn jetzt Crit ist, ist mein Ding ist tot. Das würde reichen. Ich hätte gerade ein anderes, eine andere Attacke benutzen sollen. Hätte ich das gewusst. Japp. Einfach alles auf Kapphammer. Wow. 16 Kp. Und bin ich froh, dass bei rohe Gewalt das Leben auch außer Kraft gesetzt wird. Oh ja. Ja, das ärgert mich an. Das ist so artig. Ich habe jetzt doppelten Angriff noch, plus 30%. Und das überholst du locker und den Quiver Dance. Und den Quiver Dance kriegst du das nicht raus. Wow. Das ist noisy. Nice. Das ist shiny. Shiny. Mit dem grün. Aber ich mag das normale Meer, um ehrlich zu sein. Ja. Es sei denn, das überlebt jetzt aus dem Wunder irgendwie. Bäh. Nee. Bäh. Bäh. Komm, ich habe den Pokofens bezahlt. Geln genommen. Okay, Beulenhelmer fies. Ah, nein. Echt? Das ist das mit dem Beulenhelm? Ja, das hatte Beulenhelm. Ja, das hatte Beulenhelm. Yay, ich habe gewonnen. Kampfer 1. Machen wir noch ein paar. Warte mal. Ja, komm. Das macht Laune. Okay, neue Runde. Das macht echt Laune. Ich sag doch, das macht Laune. Vor allem, wenn man so ewig raus ist und eh keine Ahnung mehr hat, was die eigenen Pokémon wirklich können. Nee. Und was die ausseiten. Ernsthaft, ich wusste gerade nicht mehr, dass das mit Beulenhelm war. Ich habe zwei Stück. Ich habe Echo und Noisy. Das war gerade.